Sehr ganz herzlich gegrüßt, mein lieber Zuschauer, mein lieber Leser. Nun wieder das neue Wochenhoroskop für die Woche vom 16.03. bis zum 22.03. Ja, und wir haben natürlich, oder ich habe für dich hier auch gleich den Spruch der Woche. Die Sonne wechselt das Zeichen, Merkur geht wieder in die Fische, Saturn wechselt das Zeichen und Mars, Jupiter und Pluto bilden eine enge Umarmung. Es liegt was in der Luft. Mein lieber Zuschauer, mein lieber Leser, in dieser Woche bleibt uns noch bis zum 18.03. die schöne Glückskonstellation von Sonne und Jupiter erhalten. Das Leben ist angenehm, das Leben ist harmonisch und lässt sich natürlich auch interessant gestalten mit dieser Glücksenergie von Jupiter. Mit Frohsinn und Optimismus kann man an die Verwirklichung aus seiner Träume gehen und oft hält man oder bekommt man in dieser Zeit unverhoffte Unterstützung aus dem Umfeld oder von hilfreichen Menschen. Generell sind gemeinschaftliche Aktivitäten in dieser Zeit begünstigt und wichtig ist, dass die Projekte, die man jetzt startet, nach dem Jupiter-Prinzip mit einem höheren Sinn erfüllt sind. Man könnte das Gefühl bekommen, dass zum Beispiel einem der Erfolg regelrecht zufliegt. Es ist aber auch eine und grundsätzlich auch eine schöne Zeit, um Geschenke zu geben und auch zu erhalten. Und diese Verbindung wird dann auch zusätzlich noch weiter unterstützt vom Hüter und Begrenzer Saturn. Projekte können also damit nun wirklich gut geplant werden und man kann echte Nägel mit Köpfen machen. Also es ist eine super Zeit, da etwas in Bewegung zu bringen. Mit einer zusätzlichen Power von Pluto kann man hier tatsächlich durchschlagenden Erfolg bekommen. Das ist nur als mein Tipp aus meiner Sicht. Am 20.03. dann um 4.40 Uhr wechselt unser Persönlichkeitskern die Sonne dann in den kämpferischen und kraftvollen Widder. Jetzt kommt auch mal andere zusätzliche Power ins Spiel. Spontan und energiereich und blitzschnell können jetzt natürlich so einige Impulse in die Welt gebracht werden. Und es ist also eine große Aufbruchsstimmung zu spüren, wie man das allerdings auch natürlich in der Frühlingszeit in der Natur erlebt. Ja, es will etwas Neues geboren werden. Und für die kommenden vier Wochen ist das jetzt das Feld um uns herum, was mit diesen Kräften gefüllt ist. Man kann jetzt natürlich die Spontanität für seine eigenen Durchbrüche, für das, was man selber möchte, auch hervorragend nutzen. Wichtig ist an der Stelle immer zu gucken, wie jetzt die eigenen Planetenpositionen das unterstützen oder wo Hemmungen da sind. Das kann man wieder ganz einfach erfahren, wenn du dich mit mir in Kontakt bringst unter meiner Webadresse www.berbel-reup.com. Unter dem Menüpunkt Beratungspaket anfordern kannst du mich ganz leicht finden. Und wenn du hier oben auf das i gehst, da kommt ganz leicht, wenn du da drauf klickst, geht die Klappe auf und da siehst du, wie du zu mir gelangst. Und ich kann dir natürlich empfehlen, schaue, dass du das Jahrbuch der Wochenhoroskope dir auch noch zulegst. Dann weißt du auch natürlich, wie du mit den Sternen planen kannst, wie es vorwärts geht in diesem Jahr, wie geht man mit den Energien. Und das ist eine sehr schöne Planungshilfe. Einfach auf das Coverfoto klicken bei mir auf der Seite und das führt dich dann schon ganz direkt zu dem Buch. So, jetzt weiter im Wochenhoroskop. Unser Denker und Planer und Geschäftemacher Merkur wandert nun nach seiner Rückläufigkeit am 16.03. um 8.43 Uhr wieder in das sensible Sternzeichen Fische hinein. Und die Gedankenmuster sind natürlich nun wieder viel fantasievoller, träumerischer und natürlich auch voller Geheimnisse. Ein großes soziales Miteinander macht sich jetzt wieder bemerkbar und intuitive Eingebungen sind damit verbunden. Telepathische Informationen steigert natürlich auch das Einfühlungsvermögen, was man mit den Menschen hat oder mit Situationen, in denen man gerade ist. Das ist also eine super, super Zeit, in der man auch im täglichen Leben sehr auf die, also mit solchen mystischen Dingen in Kontakt kommt. Wo man aber aufpassen muss natürlich, dass man darauf achtet, auch immer wieder Klarheit in seinen Gedanken zu bekommen, weil das treibt einen schon manchmal weg von seinen festen Plänen. Künstlerische Tätigkeiten sind hier sehr gut, also unterstützt, auch schriftstellerische Begabungen werden hier natürlich unterstützt, gerade so Geschichtenschreiber und Märchen, das passt natürlich auch super. Im täglichen Miteinander kann man ein allgemein, also es ist eine Art Zerstreutheit erleben, weil da die Klarheit nicht immer so gegeben ist und das macht auch immer wieder etwas schwierig, dass man eben halt sich in Entscheidungen, also zu Entscheidungen kommen kann. Ja, das ist eine Phase, was da passieren kann. Aber es gibt andere Dinge, die in dieser Zeit viel, viel besser gelebt werden können. Jetzt kommt natürlich dann auch Merkur, der von Uranus, unserem revolutionären Stier, noch sozusagen richtig mit Impulsen versorgt wird. Das ist natürlich dann auch nochmal spannend, da können schon so einige kreative Geistesblitze jetzt unterwegs sein und am besten ist es eben halt, wenn man dann alles aufschreibt, 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 damit es nicht so schnell wieder verschwunden ist oder verloren geht. Das kann natürlich mit dieser Kombination ganz leicht passieren. Das ist auch besonders inspirierend, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, für alle Künstler und diejenigen, die zum Beispiel auch in spirituellen Tätigkeiten unterwegs sind. Also da sind sehr interessante Einsichten möglich und viele heilende Energien sind unterwegs. Also für alle therapeutischen Maßnahmen ist das natürlich auch super begünstigend. Also wer jetzt in der Zeit dann eine Therapie beginnt, hat natürlich interessante Möglichkeiten, da Fortschritte zu machen. Ja, auch unser Liebesplanet Venus im Stier unterstützt jetzt die sensitiven Stimmungen durch den harmonischen Winkel zu Neptun in den Fischen und auch in der Liebe kann es jetzt traumhaft schön werden. Und es geht weiter mit Mars jetzt an der Stelle und er verbindet sich nun im Steinbock mit Jupiter und Pluto in einer Umarmung. Und das ist natürlich Power ohne Ende. Mars und Neptun stehen jetzt ebenfalls harmonisch zueinander, was auch noch einmal für neue, inspirierende Erfahrungen eine Rolle spielen kann. Jupiter und Pluto kommen sich immer näher, also werden immer enger. Und das zeigt nun zusätzlich einen starken Drang nach Veränderung an. Das Leben kann sich völlig umkrempeln. Muss man gucken, wie man da selbst platziert ist dazu. Nun beginnt in dieser Woche auch noch das neue astrologische Jahr. Also am 21.03. dem besagten Frühlingspunkt. Also wir treten jetzt in das Mondjahr. Und das heißt, dass der Jahresregent unsere Mondgöttin ist. Und im Mondjahr geht es vordergründig natürlich um Gefühlsleben, um die Ebene der Gefühle. Der Mond ist der Herrscherplanet vom Sternzeichen Krebs. Und da geht es hier um die Themen von Familie, Zugehörigkeit, auch Wahlfamilie und inneres Kind. Es geht konform mit den Themen, die auch noch bis Mai dieses Jahres mit dem Mondknoten, unserer gesellschaftlichen Lebensaufgabe verknüpft sind. Es bezeichnet man damit auch manchmal als eine Doppelbetonung, eine zusätzliche Betonung dieses Themas. Zu diesem kannst du auch die Informationen vom Jahresbeginn noch einmal dir anschauen, wo ich dazu schon einige Informationen gegeben habe. Einen extra spannungsreichen Aspekt haben wir dann allerdings auch noch. Der ist nicht so leicht zu nehmen. Wir haben ein Saturn- und Uranus-Quadrat, was sich da bildet. Und das lässt auf Einschränkung des eigenen Freiheitswunsches oder Freiheitsbedürfnisses schließen. Man muss natürlich an der Stelle wieder schauen, wie sich das auf das eigene Persönlichkeitsbild auswirkt. Das habe ich ja schon erwähnt. Das kannst du ganz einfach bei mir dich melden. Und dann kannst du das Beratungspaket buchen. Am Schluss haben wir dann noch einen Zeichenwechsel. Ja, Saturn, unser Hüter und Begrenzer, wechselt am Sonntag, dem 22.03. früh um 5 Uhr in das Zeichen Wassermann. Bis zum März 2023 wird dann Saturn dort platziert sein. Zwischenzeitlich wird er nochmal rückläufig, aber er geht dann richtig in den Wassermann. Und dem Wassermann ist ja Saturn auch der zweite Zeichenherrscher. Und dazu gebe ich dann auch in der nächsten Woche nochmal genauere Informationen. Ja, man kann schon sagen, es liegt was in der Luft. Und an der Stelle beende ich jetzt meine Ausführungen für die kommende Woche. Und ich wünsche dir für all deine Vorhaben, auch für deinen geplanten Aufbruch, alles, alles Liebe. Lass dich inspirieren, es ist viel möglich und natürlich wieder die immer besagte Achtsamkeit behalten. Es sind also unglaublich inspirierende Zeiten auch dabei. Ja, du hast natürlich die Möglichkeit, wie ich das auch zwischenzeitlich erwähnt habe, dein persönliches Jahreshoroskop für dich, für deine Familie oder auch für deine Freunde bei mir zu bekommen. Ganz einfach, geh hier oben auf das I. Da geht eine Seite auf und dort kommst du zu meiner Webseite. Da kannst du auf den Menüpunkt Beratungspaket buchen klicken. Und auch zu meinem Buch kommst du über diese Seite. Das ist auch ganz einfach, was ich schon kurz erwähnt habe. Und jetzt freue ich mich ganz doll, wenn du mir ein Feedback gibst und einfach mal mit mir kommunizierst, wie du das Ganze hier erlebst. Meine Kontaktdaten sind ja immer hier auch zu finden, auch hier unter dem Video in YouTube oder auf meiner Webseite. Ja, und in den sozialen Netzwerken bin ich auch überall zu finden. Also ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe. Komme gut durch die Woche. Herzliche Grüße von mir, Barbara Roy, deine Astrologin. Tschüss, mach's gut, bis zur nächsten Woche.